die dhv news vom 12 august 2022 dhv eckpunkte aktualisiert spanien kilos für alle am strand da bin ich wieder herzlich willkommen bei den dhv news wir gerade im vorspann gesehen habt haben wir einen neuen diamantsponsor den ich hiermit herzlich begrüße und zwar awai medical das ist eine marke der sanity group und finn hänsel und die schieben jetzt halt neue projekte an den start unter anderem eben awai ihr kennt vielleicht die schwesterfirma wei die mit ihren cwd produkt schon sehr viel werbung gemacht hat insofern sich schon ein bisschen eingebrannt hat bei manchen cannabis affinen menschen ja ich muss mir das ganze av und y salat gedöhnt so ein bisschen gewöhnen bei denen ja das scheint so eine markenstrategie zu sein aber ist jedenfalls immerhin gleich klar dass die alle aus dem selben stall kommen diese awai medical in dem fall ist die sanity marke für medizinische handflüten aus der apotheke also verschreibungspflichtig mit thc und so und zwar für die naturnahe therapie mit cannabis blüten unter anderem heißt es dann da hochpotente unbestrahlte handflüten vor allen dingen mit ausgeprägtem terpen profil ja klingt fein kriegt man gleich bock aber da kriegt halt nicht jeder mal sehen was die sanity group noch so an den start schiebt vielleicht auch nach der legalisierung dann entsprechend sorten und so weiter wir bedanken uns jedenfalls für die unterstützung unserer liegeleis arbeit und genauso auch bei unserem zweiten diamant sponsor bei hai dem online shop für den gepflegten raucherbedarf auch da gerne mal wieder vorbeischauen wenn ihr mal wieder irgendwas braucht an der stelle möchte mal betonen dass wir seit gründung des branchenverbandes cannabiswirtschaft e.v. keine interessenvertretung mehr für unternehmen machen für die branche mehr machen wir sind kein branchenverband mehr im zusammenhang mit den diamantsponsoren ist das wohl jetzt noch mal wichtig zu erwähnen wir machen ausschließlich lobby arbeit für privatpersonen das wissen unsere sponsoren auch und erwarten auch nichts anderes von uns und finden das gut und wollen genau das unterstützen insofern ist das eine ehrenhafte angelegenheit die tun was für die konsumenten unsere firmensponsoren alle übrigens nicht nur die diamantsponsoren auch den link hoffe ich euch noch in die video beschreibung zu packen wenn ich daran denkt zu allen diamanten firmensponsoren also die tun was für die allgemeinheit für ihr karma und ohne von uns weitere leistungen zu erwarten insgesamt haben die dhv firmensponsoren in unserem budget 2021 nur noch weniger als zehn prozent ausgemacht über 90 prozent der einnahmen kamen von privaten unterstützern also die firmensponsoren sind ein schönes zubrot sozusagen aber es entstehen da keine abhängigkeiten angewiesen sind wir nämlich auf euch ja privatpersonen legalizer handfreunde und so weiter werdet fördermitglied beim handverband damit wir die legalisierung jetzt noch über die ziellinie geschoben kriegen mit eurer hilfe wir sind noch nicht ganz da angekommen und abonniert diesen kanal nächste woche haben wir noch einmal pause weil da bin ich wieder in mission für euch unterwegs auf dem verkehrsgerichtstag und mal zu gucken dass wir da an der front auch mal weiter kommen mit verbesserten thc grenzwerten damit nicht weiterhin haufenweise nüchterne leute ihren führerschein verlieren und noch eine vorbemerkung hanfparade letzter aufruf ja die ersten 10.000 zuschauer hier schaffen das noch rechtzeitig vor der parade das video zu sehen und sofort hin zu stürmen ja wenn ihr das gesehen habt wir sind alle vor ort da vom dhv team mit infostand aber auch wieder mit dem eigenen paradewagen haben wir auch lange nicht gehabt jetzt haben wir wieder einen mit hanfaffiner musik kein techno was ich persönlich ja doof finde ja von mir das kann die ganze welt aus techno bestehen aber ja es gibt halt auch andere geschmäcker und dafür haben wir dann was am start vielleicht auch zum mitsingen ja mal gucken und was wir wieder machen ist ein grüner block das hatten wir schon mal grüner dhv block auf der hanfparade schön beisammen bleiben also bitte kommt am besten gleich in grünen klamotten ja bleibt im grünen block damit das schön erkennbar ist als grüner block und kein grünes durcheinander hier und da ja und dafür haben uns etwas überlegt nämlich verschenken wir luftballons und t-shirts das t-shirt zeige ich euch mal machen wir eben den effekt aus martin damit man auch erkennt hier ja also dieses t-shirt wird verschenkt wie viel habe ich davon weiß auch nicht naja jedenfalls wahrscheinlich nicht unendlich hat das die zahl ist endlich insofern kommt rechtzeitig vorbei holt euch ab könnt ihr mit nach hause nehmen als erinnerung an die parade ja und für den handverband so wenn ihr einmal dabei seid euch das t-shirt zu besorgen ja wir haben ja auch luftballons wie erwähnt ja ihr könnt also auch luftballons euch holen die sind auch gratis könnt auch mit nach hause nehmen grüner block forever ja also ist wichtig dass wir nochmal auf die straße gehen dass wir weiter druck machen ja dass jetzt nicht vergessen ja mit der legalisierung da im bundestag in der bundesregierung und weiter flott vorwärts machen auch richtung bundesrat ja wir müssen einfach präsent bleiben präsent sein druck machen und so weiter und so fort ja und bei der gelegenheit noch einen hoffen nette leute treffen ein bisschen spaß haben und so weiter bisschen mit uns quatschen beim infostand dann nachher oder im grünen block mal sehen man sieht sich auf jeden fall auf der handparade ja werden alle da sein und so macht euch auf die socken noch mal der hinweis für alle denen mein vorgeplänkel hier zu viel geplänkel ist guckt auf die sprungmarken springt direkt in die themen rein die euch interessieren fahrzeug statt ja nicht interessiert ja weil ich habe noch ein bisschen mehr davon vorgeplänkel nämlich video hinweise gleich vier videos haben die kollegen auf den kanal geschoben während ich unterwegs war im urlaub von der cannabis normal konferenz und zwar thema session produktregulierung session anbau clubs wie sollten die geregelt sein session verkaufspersonal ja was für eine ausbildung sollten die leute haben in den cannabis fachgeschäften was für anforderungen hat die community an diese leute und was muss draufstehen auf ihren produkten wie was muss deklariert werden und so weiter vier sessions für die super nerds unter euch steht genau wissen wollen die nicht zur cannabis normal konferenz kommen konnten und da vor ort mit diskutieren können zumindest jetzt noch mal nachvollziehen was wir da gemacht haben und es gibt auch noch ein paar neue georg videos die veröffentlicht wurden seit ich weg war und zwar einmal mein vortrag auf der mary jane das war kein richtiger vortrag ja das war so ein frage antwort ding weil hier können wir ja immer schlecht interagieren ich sehe eure kommentare erst wenn ein video online ist da kann ich dann nicht mehr im video darauf reagieren da konnte ich das mal machen euch fragen in den bauch löchern was für fragen ihr so alles habt und die alle beantworten so ja wer da bock drauf hat guck mal rein und cannabis heute sommer interview mit mir interviewt von emi kozian altbekannt können euch auch angucken und ganz kurzes ding nicht in unserem kanal auch ist mein blitz vortrag kick off bei der konferenz der icbc in berlin vor ein paar wochen wo ich im prinzip die konferenz öffnet habe mehr oder weniger nach dem organisator alex rogers und vor burkhard blienert noch mal ein bisschen appelliert habe ans gute gewissen der der leute da vor ort dazu ein bisschen supporten fünf minuten ding habe ich euch auch verlinkt so und jetzt geht aber richtig in die themen reihen und zwar der v-eckpunkte aktualisiert ich habe ja eben schon von den ganzen kanoko sessions noch mal berichtet sinn der sache war ja dass wir der community unsere unseren entwurf für unsere eckpunkte vorlegen und mit euch diskutieren was vielleicht verändert werden soll eurer meinung nach oder was fehlt und das haben wir jetzt alles mit aufgenommen haben an ganz vielen stellen unsere eckpunkte überarbeitet teilweise dinge geändert teilweise dazugeschrieben mit der arbeit sind wir jetzt fertig und mein kollege simon hat im artikel dargelegt was wir alles verändert haben und warum und so weiter ja da können wir nochmal genau nachvollziehen und ja das war eine menge arbeit ja bis wir das alles auseinander gedröselt hat mit den ganzen meinungsbildern auf der cannabis normal konferenz mit den ganzen kommentaren auf den verschiedenen portalen insbesondere bei uns auf der homepage und die sind länger und detaillierter geworden die eckpunkte es gibt sogar neue kapitel da drin ja die vorher nicht gab aber sie sind auch konsequenter geworden wir leben zum beispiel jetzt besitzobergrenzen für cannabis sowohl in der öffentlichkeit als auch zu hause ab das vergleichsweise radikal ja im vergleich zu den ganzen anderen leuten da bei den anhörungen und so die obergrenzen alle für selbstverständlich halten aber es ist auch logisch und konsequenter wenn es eben darum geht eine möglichst weitgehende angleichung mit alkohol zu fordern und dann eben restriktionen die man bei alkohol nicht fordert ja dass man die dann auch bei cannabis nicht fordert insofern kommen wir da gut mit klar oder wir haben ursprünglich die ablehnung von mischprodukten in unseren eckpunkten drin gehabt auch das haben jetzt rausgenommen da haben das neutralisiert sozusagen die positionen weil doch offensichtlich viele von euch gerne vorgefertigte tabak joints haben wollen oder hanfbier oder eine koffein thc limo oder sowas ja das wolltet ihr nicht euch verbieten lassen dass das euch nicht verkauft werden darf also haben wir diese forderung rausgenommen keine mischprodukte anzubieten mit verschiedenen drogen ich bin eigentlich persönlich anderer meinung ja ich finde diese trennung gut ich finde mischprodukte muss man nicht machen aber sind ja auch die eckpunkte der community und nicht die eckpunkte des georg und außerdem ist das logisch für mich jetzt auch kein problem die positionen zu vertreten da in irgendwelchen weiteren anhörungen die noch kommen werden da komme ich schon mit klar oder den aspekt des schenkens und mitbringens haben wir ergänzt ja darf ich jemand was schenken von meiner ernte von meinem eigenen anbau oder darf ich jemand was mitbringen aus dem bio bauern cannabis hof irgendwo aus süddeutschland oder was ja mal so vielleicht nicht ohne weiteres kriegt in berlin das sollte man alles dürfen haben wir jetzt drin im programm in unseren eckpunkten eine ganze reihe von konkreten anforderungen an das wissen der cannabis fachverkäufer ja das richtige punkten liste dann da den outdoor anbau haben wir noch mal betont dass das möglich sein muss sowohl kommerziell als auch privat im kleingarten oder so und vieles mehr ja also guckt euch das noch mal an für für alle die interessiert ja insbesondere die mitglieder auch ja die noch mal wissen wollen was wir jetzt als handverband eigentlich da genau fordern jedenfalls haben wir jetzt online ja sowohl den artikel als auch die neuen eckpunkte so jetzt kommt ein haufen internationales zeug ja ich finde das alles furchtbar spannend einmal ein blick in die usa da gibt es üblicherweise volksabstimmungen alle zwei jahre im rhythmus mit den präsidentschaftswahlen und dann zwei jahre versetzt den midterm wahlen den so genannten und letztere stehen jetzt wieder an im november und wie immer ist dann spannend zu sehen wie viele und welche us-staaten dann wieder über die legalisierung von cannabis abstimmen werden also die bevölkerung dieser staaten und üblicherweise müssen die initiatoren dieser initiativen dann eben jede menge unterschriften einreichen ja um überhaupt so eine volksabstimmung durchzusetzen und das ist immer so so eine wackelige sache wenn man nicht weiß wie viel werden jetzt genau anerkannt und so aber wir haben jetzt drei immerhin die bis jetzt geschafft haben neuerdings ist gerade noch mal einer dazu gekommen das sind nämlich genau missouri maryland und south dakota die werden also im november über die legalisierung abstimmen und es gibt noch ein paar mehr da haben die aktivisten die unterschriften eingereicht warten aufs ergebnis der prüfung in north dakota und oklahoma und in arkansas haben sie genug unterschriften eingereicht aber da wurde dann der titel der initiative abgelehnt der wäre nicht passend so ungenau so unklar oder irgendwas das ist jetzt vor gericht wenn die vor gericht gewinnen mit ihrem titel dann ist in arkansas auch eine volksabstimmung also wir können im november die zahl der legalisierten weltbevölkerung auf jeden fall hochschrauben extrem wahrscheinlich ist noch nicht ganz klar um wie viele menschen und nach wie vor sind die usa der hotspot wo viel passiert wo viel noch zu erwarten ist in nächster zeit neben deutschland natürlich colorado noch mal ein kurzer blick nach colorado da gibt es mal wieder zahlen der regierung wieder mal das ist nicht die erste studie die ich dazu sehe jugendliche testkäufer in den cannabis shops haben sie mal wieder losgeschickt und haben festgestellt 98 prozent der shops haben sich angehalten kein cannabis an unter 21 jährigen zu verkaufen das im vergleich zu alkohol ein traum wert ja das liegt natürlich auch daran hat viel weniger verkaufsstellen gibt ja nicht so ein wild buchs ist da und die lizenzen sofort in gefahr sind wenn die shops an jugendliche verkaufen das ein absolutes erfolgsmodell und 98 prozent sogar sind sogar noch vergleichsweise schlechter wert in anführungszeichen gab auch schon testreihen mit 100 prozent alle einhaltung des jugendschutzes also das wirklich läuft super nun am ende klar man wird den konsum jugendliche auch damit nicht verhindern die werden weiterhin irgendwie drankommen im besten fall dann eben über ältere freunde aus den legalen shops mit versorgt werden ja da sind wir auch in unseren eckpunkten dafür hat jetzt nicht zu bestrafen weil das immer noch besser ist als wenn dann für jugendliche in schwarzmarkt bestehen bleibt mit dem üblichen dreck und strecken und so weiter die aber eine zusätzliche gefahr für junge menschen sind wichtig ist aber wird nicht mit kommerziell im hintergrund in den shops an jugendliche verkauft die sind da keine direkte zielgruppe und das ist schon mal viel wert noch mal usa drogentest bei lkw fahrern großes thema offensichtlich da lkw fahrer dürfen in usa keinerlei kontakt zu illegalen drogen haben dürfen die nicht konsumieren egal ob sie fahren oder nicht so ähnlich wie in deutschland ja auch ja man verliert auch hier einen führerschein wenn man zu fuß in der straßenbahn mit einer ecstasy tabelle tablette erwischt wird da ist auch der lappen weg egal ob man offensichtlich nicht gefahren ist aber man ist konsument und reicht schon so ist das bei lkw fahrern jedenfalls in usa auch und die werden scharf kontrolliert da gibt es jede menge tests und das trägt zu spannungen in den lieferketten bei auch da gibt es zu wenig lkw fahrer wie in europa haben wir das problem ja auch und allein im ersten quartal dieses jahres von januar bis märz wurden 10.000 lkw fahrer in den lizenzen entzogen die hälfte davon wegen cannabis unabhängig davon dass sie mit cannabis gefahren werden und unabhängig davon ob sie cannabis in einem cannabis legal state konsumiert haben oder nicht das ist natürlich vollkommener irrsinn irgendwie in so einer situation und die behörden selbst schlagen jetzt vor wenigstens auf speicheltest oder schweißtests umzusteigen weil die nicht so lange den cannabis konsum zurückverfolgen können wie eine urinprobe wo das ja wochenlang noch irgendwie nachweisbar ist wo die behörden sagen kommt das wollen wir jetzt gar nicht wissen ja lassen wir das mal irgendwie gucken wir uns in den letzten paar stunden an und das ist ja auch viel sinnvoller und nochmal ein usa thema zusammen mit russland ja das ging ja irre durch die medien jetzt mit der basketballerin britney griner in den letzten wochen die ja nun russland da verhaftet worden ist mit ihrem cannabis öl was sie da hatte ob nun medizinisch oder nicht legal gekauft sicherlich hat nicht damit gerechnet dass sie da in russland ärger mitkriegen könnte warum mal immer ja das ist irgendwie naheliegend auf jeden fall haben sie die ja da jetzt schon ewig im knast und wollen die jetzt austauschen ja das ist überhaupt auch eine irre geschichte hat die jetzt kamenlose basketballspieler spielerinnen dagegen waffenhändler austauschen wollen ja der irgendwie massig kriegswaffen durch die gegend verschiebt das ist allein schon irgendwie eine merkwürdige balance und damit hat irgendwie passt haben sie die griner ja eben noch zu neun jahren knast verurteilt ja damit hat irgendwie im gleichgewicht ist gegen den waffenhändler die ursprünglich wollten ja den tiergartenmörder auch noch haben für die basketballerin das ist ja den den die deutschen ja haben irgendwie so ein auftragsmörder von putin den will auch wieder haben ja damit er weitermachen kann mit dem oder so keine ahnung irre geschichten ja im hintergrund aber eigentlich worauf ich raus will ist eben auch die empörung und aufregung einiger us-amerikanischer politiker die sich darüber aufregen und da theater machen und die griner unbedingt wiederhaben wollen und dabei vergessen hat in usa selber noch jede menge leute im knast sitzen wegen cannabis und auch wegen geringfügiger cannabis verfahren einige staaten haben ja diesen three strikes and you are out ansatz ja ewig gefahren also beim dritten drogenvergehen egal ob das jetzt nur ein halber joint ist oder was bist du für ewig im knast zehn jahre oder was da gibt es irrsinnig drakonische strafen und kein land der welt hat prozentual zur bevölkerung so viele leute im knast wie die usa und das hauptsächlich wegen drogen ja also die sollen bei sich selber auch mal ein paar leute aus dem knast raus lassen die wegen cannabis da versauern ja und sich nicht nur um die griner kümmern auch wenn die natürlich auch bei den russen irgendwie aus dem knast raus soll ja keine frage aber das ist eine doppelmoral was jetzt insbesondere die usa angeht diese ganze diskussion die sind beide evil diese staaten in bezug auf cannabis auch wenn die usa näher dran sind das zu überwinden jetzt aber kolumbien ein anderes land geguckt noch die global commission on drug policy gibt es schon eine weile da haben immer ehemalige staatspräsidenten sich für ein ende der drogenprohibition ausgesprochen die probleme angeprangert die das ganze mit sich bringt ehemalige staatspräsidenten aber zunehmend kommen jetzt auch amtierende dazu und da mal neu zugang in kolumbien seit der wahl ist jetzt ein linker erstmals glaube ich linker präsident am start gustavo petro und der will den war und wachs beenden und das auf internationaler ebene diskutieren und das ist auch kein wunder ja etliche regierungen in kolumbien sind daran gescheitert mit massig polizei und militär irgendwie gegen die kartelle vorzugehen die verdienen so schweineviel geld mit dem kokain dass die sich eigene armeen leisten können und einfach alle korrumpieren die da irgendwie gegen sie arbeiten oder umbringen halt ja je nachdem und das golf kartell hat zum beispiel vor der wahl und nachdem einer der führenden köpfe da in die usa ausgeliefert worden ist nochmal ein bisschen machtdemonstrationen gemacht und haben kopfgelder auf polizisten ausgesetzt 1000 oder 1000 bis 5000 dollar war die rede davon die haben alleine dieses jahr schon 25 polizisten erschossen vom golf kartell und 60 verletzt ja also krieg da auch durch drogenprohibitionen die prohibition hat monster geschaffen da in kolumbien und anderen staaten südlich der usa da kann man nur hoffen dass die kartelle jetzt nicht auch den petro noch erschießen damit hat kokain illegal bleibt und hat geschäft bestehen bleibt spanien wir kommen unsere heimat wieder näher hier jetzt zurück nach europa hat sich eine ulkige szene abgespielt da ist eine cannabis lieferung per boot angekommen irgendwo am strand wahrscheinlich aus marokko nicht mehr an und die waren entdeckt worden von der polizei die schmuggler irgendwie abgehauen weggerannt und die ganzen badegäste die haben sich dann das ganze gras geholt ja die sind dann immer so in das schiff haben sich die kilos da rausgezerrt irgendwie obwohl da dieser polizei oder militärhubschrauber schon drüber stand ja da zeigen wir euch mal kurz einen ausschnitt von in deutschland werden derweil weiterhin konsumenten gejagt und leben werden sinnlos zerstört da mal wieder ein beispiel aus nürnberg wo 19 jähriger vor gericht war wegen 10 gramm gras wurde verurteilt und weil er versucht hat mit dem fahrrad einer polizeikontrolle zu entkommen ja wollte so dran vorbeifahren und einer von den beamten hat den vom fahrrad gerissen und sich selbst dabei irgendwie verletzt der war irgendwie länger dienstunfähig und der 19 jährige muss jetzt die behandlungskosten zahlen aber viel schlimmer der war beamtenanwärter im gehobenen dienst bei irgendeiner behörde war nicht genau klar bei welcher und die behörde hat ihm gekündigt nach dem vorfall also beamtkarriere mit 19 beendet wegen 10 gramm gras und er musste dadurch wahrscheinlich sogar noch ausbildungsbezüge von 20.000 euro zurückzahlen war die rede davon also wirklich hart erwischt hattet ihn den 19 jährigen ein krasser einschlag in die lebensplanung irrsinnige prohibitionsfolge wegen 10 gramm hanf und damit sowas nicht passiert ja müssen konsumenten so schnell wie möglich entkriminalisiert werden dieser quatsch muss beendet werden das ist eins von 180.000 strafverfahren wegen konsumbezogener cannabis-delektiv pro jahr in deutschland gewesen da gibt noch viel anderes leid was beendet gehört jetzt der termin hammert hanfparade habe ich schon gesagt ja für die ersten zuschauer hier sofort loslaufen oder fahren samstag 13. august ab 12 uhr mannheim doppelschlag der ortsgruppe einmal der hanflock beim csd auch am samstag 13. august und ein infotisch gleich im anschluss ab 15 uhr in mannheim berlin trifft sich die ortsgruppe dienstag 16. august heidelberg hybrides treffen also auch online möglich dienstag 16. august karlsruhe freitag 19. online treffen der ortsgruppe und zuletzt die canna fair in düsseldorf die nächste hanfmesser steht schon wieder an freitag 26. august bis sonntag 28. das war's ich habe am anfang ja gesagt werdet fördermitglied beim hanfverband ja unterstützt uns weiterhin bis wir es geschafft haben mindestens mit der legalisierung und abonniert diesen kanal drückt die glocke liked dieses video ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend das war's ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen schönen tag ich wünsche euch noch einen schönen tag